Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Demnach haben die oppositionellen Republikaner bei den immer noch laufenden Stimmauszählungen die für die Mehrheit nötigen 218 Sätze inzwischen erreicht. Damit können sie Präsident Biden das Regieren bis zu den nächsten Präsidentschafts- und Kongresswahlen in zwei Jahren erheblich schwerer machen. In der zweiten Kammer, dem Senat, konnten Bidens Demokraten dagegen überraschend ihre knappe Mehrheit verteidigen. Everybody quickly, please. Vielen Dank.